So und alle schauen momentan auf die EZB und Klaus-Rainer-Jackisch ist in Frankfurt für uns vor Ort. Wird heute eine Sitzung des EZB-Rats tatsächlich stattfinden, um Griechenland am Leben zu erhalten? Nun, tatsächlich wird sich der EZB-Rat nachher, wir wissen die genaue Zeit, nicht zusammen telefonieren. Es wird keine Sitzung hier vor Ort in Frankfurt stattfinden, wie das teilweise über die Ticker gegangen ist. Nach Auskunft der EZB wird man eine Telefonkonferenz abhalten, aber in der Tat, man wird hier sehr ernst darüber nachdenken müssen, wie es nun weitergeht, was die Notkredite an die griechischen Privat- und Geschäftsbanken anbelangt. Diese Notkredite machen im Moment etwa 95 bis 100 Milliarden Euro aus. Sie werden täglich begutachtet und sind ja auch in den letzten Tagen immer wieder erhöht worden. Und nun ist eben die große Frage, ob so eine weitere Verlängerung tatsächlich möglich ist. EZB-Präsident Mario Draghi hatte auf seiner letzten Pressekonferenz ganz deutlich gemacht, dass man Griechenland im Euroraum halten möchte. Er hat aber auch das Ganze an eine Bedingung geknüpft, nämlich an die Bedingung, dass es einen Verhandlungserfolg geben muss beim Rettungspaket. Dieser Verhandlungserfolg ist ja nun ausgeblieben, wie wir gehört haben und wie wir wissen. Und dementsprechend ist eigentlich die Grundlage nicht mehr da, dass die EZB hier positiv entscheiden kann für diese Notkredite. Allerdings gehen die meisten Beobachter davon aus, dass sie dennoch einen Kompromiss finden wird und die Notkredite nicht von heute auf morgen einfach hier stoppen wird. Wo sind denn die Grenzen für diese Notkredite? Nun, das ist letztendlich natürlich auch eine politische und ideologische Frage. Es gibt ja sehr viele Kritiker, die sagen, dass die Grenzen längst überschritten sind und dass diese Notkredite sowieso schon nicht mehr hätten fließen dürfen, weil man davon ausgehen muss, dass die wesentlichen Grundlagen, die für die Vergabe dieser Notkredite notwendig sind, eigentlich schon jetzt gebrochen sind. Und eine wesentliche Grundlage ist ja die, dass die Geschäftsbanken generell solvent, also zahlungsfähig sein müssen und dass diese Notkredite eigentlich nur für eine kurze Zeit vergeben werden. Die kurze Zeit ist sowieso, dieses Paradigmum ist sowieso schon gebrochen worden, weil ja die Banken bereits seit Monaten, also dauerhaft hier unterstützt werden. Und was die Solvenz anbelangt, da gibt es doch sehr gravierende Zweifel, ob die Geschäftsbanken überhaupt noch solvent sind. Also man kann sich, wenn man sehr kritisch eingestellt ist, auf diese Position stellen und sagen, was die EZB hier macht, ist ohnehin schon am Rande der Legitimität und verstößt eigentlich gegen ihre Prinzipien. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass die Europäische Zentralbank, die ja nun in der Tat sehr, sehr viel getan hat, um den Euro zu retten und ihn zu stabilisieren, dass sie eben nicht hier verantwortlich sein wollte, sozusagen den Stecker zu ziehen, diese Notkredite einzustellen, um damit eben Griechenland aus dem Euroraum heraus zu katapultieren. Das wäre natürlich eine Tragik gewesen, die insbesondere der EZB-Präsident auf keinen Fall haben möchte. Und von daher ist natürlich auch das Handeln der EZB generell verständlich. Aber man muss natürlich auch sehen, dass es sich letztendlich hier ja um Steuergelder handelt, denn die anderen Euro-Mitglieder, sie haften letztendlich ja für mögliche Ausfälle. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass das Geld, was im Moment durch diese Notkredite nach Griechenland fließt, dass es ohnehin verloren ist, dass es nicht zurückkommt. Und dann muss man natürlich schon überlegen, ob nicht zumindest eine Begrenzung, also ein Einfrieren der Notkredite auf dem jetzigen Niveau nicht vielleicht angemessen wäre. Das wäre eine Möglichkeit, die vermutlich am wahrscheinlichsten ist, dass sie heute aus dieser Sitzung bzw. aus dieser Telefonkonferenz herauskommt. Und das würde natürlich dann dazu führen, dass Griechenland Kapitalverkehrskontrollen einführen müsste, weil es sonst anders überhaupt nicht mehr geht. Ja, wenn die Banken morgen früh öffnen in Griechenland, sollten sie denn öffnen? Das ist die eine Seite. Wenn die Märkte morgen öffnen, das ist die andere Seite. Was erwarten Sie und wo könnte das hingehen? Also die Märkte hatten ja eigentlich damit gerechnet, die Finanzmärkte, dass es tatsächlich eine Lösung gibt. Und dementsprechend kann man schon davon ausgehen, dass es an den Finanzmärkten zu Unruhe kommt. Die Pessimisten glauben, dass es sogar zu sehr großer Unruhe kommt und zu großen Kursstürzen. Die Optimisten oder diejenigen, die das etwas nüchterner betrachten, glauben, dass die Verwerfungen nicht so groß sind. Es wird Verwerfungen geben, weil der Markt ohnehin überhitzt ist und man diese Entscheidung natürlich jetzt auch gerne als Vorwand nimmt, um den Markt ohnehin nach unten zu korrigieren. Aber man kann eben auch doch viele Stimmen hören, die sagen, insgesamt wäre ein Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro-Raum für die Finanzmärkte mittelfristig eher positiv. Es wäre nämlich so, dass damit ein großes Problem erst einmal, zumindest aus finanztechnischer Sicht, erst einmal gelöst wäre. Dieser Mühlstein Griechenland und die Problematik, die damit verbunden wäre, wäre erst einmal aus dem Weg geschaffen. Und das könnte dem Euro und dann eben auch den Finanzmärkten insgesamt eigentlich eher gut tun, weil dann eben wieder mehr Vertrauen in den Euro-Raum als Ganzes hineinkommt. Also diese These, die gibt es auch. Was am Ende wirklich wahr ist, weiß natürlich keiner. Auch beim Zusammenbruch der Lehman Bank in den USA hatten alle gedacht, das ist leicht verkraftbar. Und dann haben wir eine riesige Krise daraus gesehen. Also das weiß am Ende keiner und wir haben ja auch gerade gesehen, wie ratlos die Finanzminister selber sind. Und keiner weiß so richtig, wohin die Reise hier geht. Aber Fakt ist, dass eben hier wir in einer sehr entscheidenden Situation sind und dass offenbar die griechische Regierung nicht willens ist, hier zumindest in irgendeiner Form eine Lösung auf den Tisch zu legen. Morgen werden wir schlauer sein, hoffentlich nicht schockiert. Dankeschön für die Experteneinschätzung. Klaus Ranner-Jakisch nach Frankfurt.